ein stück zu kurz geschwungen über diese grafik box was ist jetzt los erst immer eine tür dann ruft jemand an sagt man kann man seine ruhe haben und ruhe durchspielen ich will den ex kaufen und wenn dann kaufe ich mir selber tja freue mich sehr aufgeregt versuchen wir jetzt mal schleunigst hier hoch zu kommen bevor mich jemand stört okay schlag die erde weg du darfst sie aber nicht wieder hinsetzen also entweder sand was nachrutscht gravel was jetzt aber nicht glaube es könnte nämlich mit mich nicht so verletzten ich vermute der wasser oder lava jetzt aber schnell runter okay so knapp war das gar nicht da kommt es erst ja aber hier noch genug zeit um beim fall zuzugucken naja komm immer zurück ab und der schalter ist für hier die ist auf ganz viele kisten diamanten und das brauche ich jetzt auch nicht mehr die mannten die mannten wenn man habe hier noch mehr so na das ist schön nur gang kannst du ja mal ewig lang machen okay gut ist dann nicht nach der helft sich kein bock mehr also lieber doch nicht okay redstone nur ein redstone nehmen da ist jetzt ein neues schwert gott sei dank was haben wir hier ausrüstung so um die spinnen aufzeiten musst du um die spawner den neserrack anzünden okay hier ist ja noch wenn du das volksack von vorhin nicht mehr hast im tempel nachschauen so wie die spawner den neserrack anzünden für das bonus level naja gut eigentlich heißt das ja ich hätte von hinten rein gekonnt oder jetzt nicht mal auf ist das ein fehler von mir sieht schon klasse aus ja gut machen wir runter gut geben die sachen ab bis auf den neserrack anzünden für die redstone leitung so moment moment da war doch was okay und das wollen die spinnen sein na gut bei tag kommen die natürlich nicht raus so naja drauf geschissen ähm ja taschen leeren machen na geil ich lasse es euch jetzt mal drin blub ich tue nur diamanten raus nicht dass die wieder kaputt gehen diamanten habe ich wo gesammelt hier genau so und jetzt mal ab ins bonus level okay weiß ich mach' doch die tasche her damit ich dann ähm unterscheiden kann was ich bekommen habe was ich hatte so und ein bisschen zusammensetzen boah das Shift-Klick nicht geht, das regt mich jetzt schon ein wenig auf ich hätte jetzt noch Notiz machen sollen, dass man auch bis Nacht wartet ach, ok, hier das Easy hatte ich vergessen aber ich hab's ja eingestellt gehabt so, Erze dürfen abgebaut, dann hätte ich ja fast hier das vergessen und abwärts nichts aus dem Dispenser nehmen, danke ja oh, du weißt nur, wie nervös mich Lava macht naja äh, bitte, bitte, bitte hat's ja aufzubrennen ok, wenn du mit dem Bonus-Level fertig bist geh, wenn du es nicht schon getan hast, zum Harry-Potter-Level Zug mit den beiden Stücken befüllen was also dürfen abgebaut werden Zug mit den beiden Stücken befüllen ach, okay hat ein bisschen gedauert den Wagen darf ich abbauen aber nicht von dir oh, Hebel für das Harry-Potter-Level so viel schöne Sachen und zwei Äpfel so, und jetzt bitte nicht verbrennen du weißt ja, oder ihr wisst ja mittlerweile, dass ich so ein beschissenes Talent habe wenn irgendwie Lava kommt, werde ich so drecksnervös dass ich die einfachsten Sprünge nicht schaffe aha okay so hier fehlt mir die Notiz, dass ich das abbauen darf zumindest stand da nicht so ein Notiz äh, da ich hier aber auch gerade wieder rauskomme oh, warte mal da kommen die Spinnen dann demnächst ähm ja, geh ich mal von aus, dass das Level hier mitbändet ist und geh zum Harry-Potter-Level Harry-Potter-Level Hebel aus dem Bonhoff-Level so, Tür ist auf und los geht die wilde Fahrt oh, wow ja, ähm ich versuch mal wieder nicht in diesen langweiligen, äh, Erzählen Trott äh, zu fallen und geb dann vielleicht auch den einen anderen Stuss von mir ab jetzt seht ihr, jetzt hab ich sogar vergessen, die Taschen in der zu machen ähm ja, mehr als, äh, verbrennen kann das Zeug ja nicht, gell ähm ähm passt mir eigentlich nicht so wirklich, dass ich das ganze Zeug noch dabei hab naja wow, jetzt hätt ich fast das Minecraft verpasst ah, jetzt wird's schön durch die Nacht gefahren jetzt würden wahrscheinlich die Spinnen kommen da hat irgendwas geschalten, aber ich hab jetzt nicht gesehen was hm bisschen Effekte ah nein das ist nicht 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 gut tja und jetzt ich versuch's mal mit Save & Quit vielleicht komm ich dann wieder aus den Blöcken raus ne, aber nicht wirklich tja jetzt hakt uns das hier war ein Fehler in der Map zumindest, äh, einer der mich gekillt hat mal nicht laber hm muss ich mir mal rot angreifen hier so im Kalender, so krrrr Strich gemacht ah ja gut ich spaw natürlich jetzt hier bei den Spinnen blub 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 jetzt muss ich hier wieder raus ähm der mich umgebracht hat jetzt muss ich natürlich alles zu Fuß gehen wird ein Stück dauern hm schneid ich's raus oder schneid ich's nicht raus ähm ja ich schneid's raus stell dir einfach vor wie ich zu Fuße sinnlos diesen Weg entlang gehe um meine Teile wieder aufzusammeln bis gleich so hier war meine Todesfalle angekommen äh war das anscheinend zu weit vorne äh hm hm ich hab ja mal gerade einen Minecart um das zu aktivieren so meine ganzen Sachen oh ja genau das Fehlen der Schiene äh hat mich anscheinend so weit gestoppt dass ich hier einfach äh ja gefreckt bin ähm ja ich mach letztlich weiter drauf rum ich fahr jetzt einfach weiter ich zieh mein Zeug wieder an und weiter geht's und weiter geht's ich denk jetzt nicht groß über nach Hangman hm ja gut ähm ja durch die Band durch die Landschaft wird gefahren okay ähm ich fall jetzt hier gleich runter oder auch nicht oh okay dort in der Höhle ist der Horcrux haha äh welche Höhle ach du zeigst in diese Richtung Gabba Gandalf ne Gandalf war ja was ganz anderes hihihi Dumbledore hier unten was ist noch irgendwas na schade nichts na gut dann gehen wir mal dort in die Höhle und suchen den Horcrux hm das war jetzt wahrscheinlich kein Horcrux aber trotzdem lecker ja gehen wir doch mal rein in die Höhle okay save point okay vielleicht ist das abgraben ah okay war nicht als abgraben gedacht ich setze jetzt einfach mal Sand drauf ähm ja sag mir jetzt nicht dass ich hier rüber muss aber es scheint zu ähm schale weißt du was ich kenn mich nämlich okay 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 ja das war knapp ach jetzt kommen wir ja nicht auf zu brennen du gehst mir echt auf den Sack mit deinem Gebrenner so hier gehts wieder raus nehm ich mein Zeug wieder mit schon nochmal sicher gegangen hehehe so wo ist jetzt was aufgegangen ah hier okay das blöde Brennen geht mir jetzt schon auf den Sack endlich ey juhu und weiter gehts ah herr hier muss ich ins Wasser wahrscheinlich rein hmhm 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 so da hier geht´s noch irgendwas interessantes so ich sehen noch irgendwas da geht´s doch auch rein so ich sehe das hier doch auch rein direkt in sehr深一